Nach dem Neustart des Mountainbike-Mahathons 2021 in Biesenrode soll in diesem Jahr nun die 20. Veranstaltung stattfinden. Das Rennen, das 2002 von Lars Goprecht und Dirk Walinski zwei Uhr Biesenrödern ins Leben gerufen wurde, fiel nur einmal aus, wegen der Corona-Pandemie. Die beiden Gründer gaben den Staffelstab schließlich weiter an Kai Böttcher, der nun den Hut auf hat. Auch wenn sich bislang nur ca. 50 Bikerinnen und Biker in die Starterliste eingetragen haben, hofft er auf eine gelungene Jubiläumsausgabe des Mountainbike-Marathons in Biesenrode. Ja, wir freuen uns auf unseren 20. MTB-Marathon hier in Biesenrode, 11., 12., 6. dieses Jahr. Wir mussten unseren Termin leider dieses Jahr etwas nach vorne ziehen. Das liegt aber daran, dass parallel schon ganz viele andere Veranstaltungen geplant waren und wir dann reagieren mussten. Und wir wollten letztendlich dann auch so viele Starter wie möglich auch hier in Biesenrode haben. Deswegen haben wir das verschoben. Dieses Jahr gibt es endlich wieder ein Bergzeitfahren. Das heißt, ihr könnt am Tag vorm Rennen nochmal ordentlich den Berg hochfahren und zeigen, es gibt einen wunderschönen, richtig, richtig genialen neuen Pokal für den Bergzeitkönig. Und ja, streckenmäßig haben wir uns was ganz Tolles einfallen lassen. Es gibt alte Elemente, es gibt neue Elemente. 32 Kilometer, eine runter. 950 Höhenmeter warten auf euch. Rund durch schöne Wippertal. Ja, es war sehr lange trocken. Gerade fängt es an ein bisschen zu regnen. Wie ist denn die Bodenbeschaffenheit zurzeit? Also bis jetzt ist gut. Ich bin am Wochenende selber nochmal so Teile der Strecke auch mitgefahren und da ist bis jetzt alles unkritisch. Und ich denke mal, das Wetter lässt uns nicht in den Stich. Es ist ja Regen angesagt, ja, zwischendurch, sodass das passen sollte und es hoffentlich auch nicht zu trocken ist. Wie sieht es mit dem Rahmenprogramm aus? Das Rahmenprogramm ist vergleichbar ein bisschen mit dem vom letzten Jahr. Ja, also es soll ja den Zuschauern hier auch ein bisschen was geboten werden. Das heißt, Speise und Trank ist sowieso vorhanden. Ja, Bogenschießen wird wieder möglich sein. Die Wippertal-Dänzer sind wieder mit dabei zur Untermalung. Die Kinder haben Spaß und Freude. Das Kitzreis ist wieder da. Also es ist für jeden eigentlich was mit dabei. Vielleicht gibt es auch welche, die zum ersten Mal dabei sind. Was ist da zu beachten? Und sind zum Beispiel auch E-Bikes erlaubt? Also wir haben ja letztes Jahr hatten wir keine E-Bike-Klasse. Das ist dieses Jahr wieder möglich. Ja, die E-Bikes starten vorneweg vor den anderen Feldern. 8.45 Uhr ist dann praktisch der Start. Und jeder Teilnehmer sollte halt, ich sage mal, ein vernünftiges Mountainbike haben. Ja, mit funktionierenden Bremsen. Ja, das ist wichtig. Die Kondition muss passen. Ja, gerade wenn man sich so eine Strecke irgendwo auch aussucht. Ja, weil es soll ja auch Spaß und Freude mit dabei sein. Und ich denke mal, anhand der Strecke, die wir ausgesucht haben, ist auch jede Menge Spaß dabei. Wer eine schöne Abfahrt will, der muss hochfahren. Das ist nun mal so. Und da ist jede Menge Spaß mit dabei. Ja, beeindruckend sind ja immer hier die vielen Helfer in Biesenrode, an der Strecke und auch hier auf dem Platz. Seid ihr da auch dieses Jahr wieder gut versorgt? Ich denke ja, also die Helfergruppe, da wurde schon fleißig hin und her geschrieben. Ja, es gibt viele, die sich schon angemeldet haben. Viele bekannte Gesichter letztendlich. Ja, und ganz wichtig, es gibt natürlich für jeden Helfer dann auch ein entsprechendes Shirt, so als Erinnerung irgendwo mitzunehmen. Ganz viele sammeln die ja. Ja, die haben dann das 20. T-Shirt irgendwo. Und da kann man sich nur freuen, ja, wenn man jetzt vor allem weiß, man hat so eine Unterstützung, gerade hier auch vor Ort. Und ohne die Helfer könnten wir es letztendlich auch nicht durchführen. Ja, das war echt wichtig. Ja, danke. Danke.